Ich würde sagen, das 14. Nummer 14. Wer hat die Nummer 14? Nummer 10, 17, 6, 2 und 15. Können Sie es vorab machen, wenn Sie es nicht haben? Dann können Sie schon mal laufen. Kommt nachher, das 14. Ich bringe das zusammen. Von 1 bis 10, wie nervös? Von 1 bis 10, wie nervös? Ja, bis 10. Ja, das geht nicht gut. Da unten hat es einen Riegel. Können wir mal den Schulter ziehen? Ja, da unten. Ja, dort ist es richtig. Gut. Du hast gewonnen. Ja. Du hast gewonnen! Wo hast du die Fische gefunden? Du hast dich an den Film geklappt. Die Janet hat studiert, was sie sagen soll und hat sich nicht umfragt, wie das Haus Oberdorf zu sagen. Und dann hat sie gesagt, ich habe 20 Hüse gefangen, und ich bin da. Ja, das ist das. Vielen Dank.